Hallo, ich bin Annelie Ernstmeier und befinde mich im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, kurz FAMI in der Fachrichtung Bibliothek. Meine Ausbildung mache ich hier in der Stadtbibliothek der Hansestadt Stralsund. Ich habe den Beruf gewählt, weil er mein Interesse an den verschiedenen Medienarten und auch die Freude am Umgang mit Menschen vereint. Ganz besonders gefallen mir hier die interessanten und vielseitigen Tätigkeiten im Beruf. Dazu gehört das Auskunft geben und beraten von Lesern bei zum Beispiel Literaturberatung, Anmeldegespräche, Unterstützung bei Facharbeiten und bei der Benutzung der Onleihe, über das Bestellen und Einpflegen von Medien in das Bibliothekssystem bis hin zum Planen und Durchführen von Veranstaltungen für ganz klein bis ganz groß. Beispielsweise Lesenächte, Bastelnachmittage, Programmieren von Robotern, Autorenlesungen. Dieser Beruf wird einfach nicht langweilig. Hallo, mein Name ist Angela Gensen und ich arbeite hier in der Stadtbibliothek Stralsund. Vor 20 Jahren habe ich selbst meine Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste hier absolviert. Ja, hallo, auch ich möchte euch begrüßen. Ich bin Frau Krohn und bin seit fünf Jahren Ausbilderin hier in der Stadtbibliothek bei der Hansestadt Stralsund. Wir bieten unseren Azubis vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten mit internen, aber auch externen Praktikas sowie Angebote der Fortbildung. Auch ein anschließendes Studium der Bibliothekswissenschaft wäre natürlich möglich. Wenn eure Neugier geweckt ist und ihr euch dafür interessiert, wie es hier hinter den Kulissen der Stadtbibliothek aussieht, habt keine Angst davor. Bewerbt euch für ein Praktikum, um einfach mal reinzuschnuppern, wie es bei uns abläuft, um herauszufinden, ob das eventuell euer Beruf für die Zukunft sein könnte.